Zuerst möchte ich Ihnen sagen, wie sehr ich mich freue, hier zu sein, heute Abend mit Ihnen. Und das Versprechen war, sobald ich genug Deutsch spreche, werde ich in Deutschsprachige Gemeinschaft kommen. Das ist die Frage, die in Ordnung, die in Ordnung, die in Ordnung sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020